Ein Thema, das immer mehr Menschen beschäftigt, ist die Frage der Pflege im Alter und vor allem die Kosten, die das verursacht, weil immer mehr Menschen glücklicherweise älter werden in der Schweiz. Darum müssen wir uns heute mal anschauen, was das eigentlich genau für meine persönliche Situation heisst. Wissen muss man, dass die Pflege oft privat organisiert werden kann, mit Spitex oder mit der Familie. Sobald es aber zu einer professionellen Unterstützung kommt, oder man sogar ins Pflegeheim muss, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Auch klar ist, dass die Frauen oft ihre Männer überleben und dann ist niemand mehr da, der pflegen kann und darum sind Frauen ab 80 doppelt so häufig betroffen von externen Pflege, von Altersheimen und vor allem auch von Pflegeheimen. Es kommt dazu, dass viele Kosten nicht versichert sind, vor allem wenn man im Altersheim oder im Pflegeheim ist. Finanziert wird die Pflege im Alter grundsätzlich über drei Systeme. Zum einen zahlen Krankenkassenleistungen, Pflegeheimen, Altersheimen, medizinische Leistungen, die sind vollständig abgedeckt. Ein grosser Teil zahlt die öffentliche Hand, also Bund, Kanton, Gemeinden, zahlen bieten und dann bleibt aber noch ein Teil, den ich als Pflegebedürftiger selber zahlen muss. Das wollen wir uns anschauen, und zwar als Durchschnittszahl in der Schweiz. Man zahlt nämlich die sogenannte Pension, also quasi das Wohnen in einem Alters, also Pflegeheimen muss man selber zahlen. Das hat nichts zu mit einer medizinischen Indikation, sondern das ist das, was man selber zahlt. Kosten in der Schweiz im Durchschnitt im Tag 122 Franken. Es kommen weitere Kosten dazu, die man hat, Auslagen, Kleider und so weiter. Das sind durchschnittlich 53 Franken im Tag, die man da in der Schweiz mit diesen Kosten rechnen kann. Insgesamt also 100 von 75 Franken im Tag. Klingt nach wenig, aber auf das Jahr ausgerechnet sind das doch 64.000 Franken, die ich selber bezahlen muss, wenn ich in einem Altersheim oder in einem Pflegeheim bin. Und wenn das der Fall ist, dann geht das Vermögen relativ schnell weg. Also wer mehrere Jahre im Alters- oder Pflegeheim ist, der hat oft Angst davor, dass sein Vermögen schnell aufgebraucht wird und dann nichts mehr da ist oder man auch nichts mehr hat zum Vererben. Was kann man machen? Zum einen, was man sicher nicht machen kann, ist das Geld vorher verschenken an die Kinder. Das funktioniert nicht, weil dort wird dann nochmal darauf zurückgriffen. Das ist im Grundsatz so, dass man das Geld tatsächlich auch muss oder soll verbrauchen. Es gibt aber zwei Situationen, wo man sich geschickter oder ungeschickter verhalten kann. V.a. erbschaftsrechtliche Regeln kann man vornehmen. Wenn jemand in ein Altersheim oder Pflegeheim muss, dann ist es der Zeitpunkt, wo man die erbrechtliche Regeln in der Familie neu anschauen muss und dort Optimierungen vornehmen kann. Was sicher auch Sinn macht, ist, dass man sehr bewusst und sehr systematisch, z.B. ab 50, ab 55, spart für den Pflegefall. Wir haben es vorhin gesehen, die Kosten sind mehr oder weniger bekannt. Man kann da sicher auch selber sich das noch ausrechnen, nachdem, was für eine Situation das man hat. Also mit diesen Kosten muss man rechnen und da kann man rechtzeitig selber dafür vorsorgen. Darum am Schluss meine drei wichtigsten Tipps zu diesem Thema. Zuerst wenn es dann gespart ist, wenn man selber nicht mehr entscheiden kann, dann kann man auch nicht mehr handeln. Also drehen Sie frühzeitig in die Weichen stellen und sich überlegen, was heisst das für mich, wie möchte ich im Alter leben. Der zweite Tipp ist, Vorsorge heisst auch sparen, frühzeitig ansparen, damit man später genug Geld auf der Seite hat und sich da auch einen gewissen Komfort leisten kann bzw. entscheiden, in welches Pflegeheim man zum Beispiel gehen möchte. Und weil das sehr komplex ist, empfehle ich Ihnen, können Sie das mit Experten besprechen. Die ganzen erbrechtlichen Regelungen, das ist etwas, was man nicht unbedingt selbst machen kann, können Sie mit Experten die Situation anschauen. Und dann sind Sie vorbereitet für diesen Fall und das habe ich Ihnen jetzt zusammengefasst auf einem Merkblatt. Das können Sie bestellen bei uns unter der eingeblendeten Telefonnummer oder Sie können es bei uns online beziehen. Das Ganze ist kostenlos.